Ja Leute, herzlich willkommen hier wieder zu NICETECK und ich bin es wieder heute mit einer Let's Play Folge. Wir nehmen es heute mal wieder so auf, aber diesmal habe ich halt einen Kumpanen dabei, der Gute. Hä? Paul. Jo! Ja. Jetzt sind wir erstmal dabei, wir gucken mal, was sich so ergibt. Ob wir so eine nice Synergy haben, dass wir jetzt hier übelst krass abräumen werden oder ob das ja nicht so ist. Dann müssen wir uns auf einen anderen ranholen. Nein, also wir gucken erstmal, wie es hier alles aussieht. Wir haben hier ein paar Leute da. Aber heute der schöne Amumu, die trählende Sehne aus der Kluft. Eigentlich müsste der... Das ist der AP habe ich gehört. Ja, ja, man muss mit dem eigentlich einfach aus Prinzip Träne bauen, Alter. Mal schauen. Schreibt auf jeden Fall immer in die Kommentare, wenn ihr mehr solche Let's Plays wollt oder vielleicht doch lieber Best Ofs. Ne? Wir müssen uns ja nach der Community richten, deswegen. Irre nice. Word of Angels. So, ich komme rein, ich komme von der Seite, ich flack den rein. Flash Q! Oh scheiße, es sind Minions. Alles gut. Ich habe auch nichts mehr. Nee, nee, nee. Guck rein. Fuck you. Ja, nee, bringt nichts. Yo, chill. Ich weiß nicht, ob die da Word of Key rein. Es ist übelst bad. Oh, das ist ja gedeutscht, das war nicht schlecht. Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Nice. Ich hätte nämlich jetzt eigentlich noch gesmited, aber das wusste, eigentlich war das klar, dass irgendjemand ein bisschen nachgekommen hat. Ja, safe kill, ja, ja. Sicher. Ah, fuck, das war über bad. Ja, ihr habt die noch, ihr habt die, ihr habt die. Oh, fuck, man, fuck. Ah, nee, das sollte ich dann wohl lieber lassen. Ah, lol. Lol, scheiße, man, die hat mich noch getroffen, bevor ich geflogen bin. Ja, haben wir, haben wir, haben wir. Oh, shit. Ja, stirb, stirb. Alter, das war der letzte. Das war der letzte. Oh, mit Digger. Was mache ich denn? Sag ich immer übelst trocken, Fjul. Oh, mein Gott, das war blind, Alter. Ja, geil, nice. Ja, chill, 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 chill. Lol, es hat noch getroffen, willst du mich verarschen? Alter. Alter, das hat halt übelst gut geklappt, weil die Kino noch durchgekommen ist, man. Mann, Digger, sag ich, super, bis kurz auszugehen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich kann sie nicht nehmen. Ich hab nicht genügend, Green. Ching, 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 ching. Jo, yo. Ich hab Broto West. Ja, chill. Nee, 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 nicht Green, die werden. ich kann dir nicht helfen ich hab den scheiß target angegriffen scheiß dreck man ja ich hab 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 ich beide load ist sie bist dumm man hat sie nur ein bisschen oh mein alles klar ich war mit meiner map weg na moin der steht ja schon hier wieder sieben null alter ne ich klinge ich klinge gar nicht die sind halt übelst, die spielen halt so wie oh leuch ich kann nicht smiken warte mal ich hab grad smike gespamt aber nicht geguckt ob ich es ab hatte der fire drag ist ganz gut ist nicht der schlechteste wenn ich ein bisschen hab ein bisschen damage mach mal den drag jetzt alle morgane mach einfach den drag zu tritt lol warte mal die hat die wurde nicht gestunnt danach könnte ich sagen die hat dieЦ auf die 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 apologize Ja, dann nachgemacht mal Baron, ne? Wenn jetzt hier irgendwie alle drauf gehen, oder so. Nein. Leute, was mach ich denn? Okay. Okay, ja, okay, jetzt Baron, Leute. Leute, was habt ihr denn, was habt ihr vor? Wollt ihr das jetzt so beenden, oder was? Wie alt. Der hat noch noch Zeit raus. Nee, 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 geht alles. Oh, wow, wow. Nice. Ja, okay, das Games GG. Nice. Das war mal wieder eine sanige Runde. Das war mal eine richtig sanige Runde, Alter. Warte. Da brauchst du gar nichts schneiden hier. Nee, das war das... Ah, nee, ich dachte nur noch unter 20 Millionen, nee, das ist ja. Also, ich würde sagen, das war eine sanige Runde. Let's play League of Legends und Nice Tech. Deswegen schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Thumbs up to the air. Und dann würde ich mal sagen, yo, bis zur nächsten Woche. Seht ihr denn, Emo? Oder halt mich. Keine Ahnung. Das ist nicht. I'm serious. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein. Ciao. Ich sieh. Ja, anger. Ja, hörcalety. Emoナ auf röstar. pex Ich sieh. �